Ich bin noch der Gentleman. Ich bin noch von der alten Schule, nicht? Wenn ich mit meiner Partnerin auf einen See gehe oder ans Meer, muss sie Stringtanker tragen. Ich habe sehr viele Damen schon gesehen in Kasachstan. Da waren alle Fetzen Schirch besetzt. Wir haben noch nicht gesteckt. Wurscht, wie die Gummibärle nehmen sie alle, wenn sie wollen. Mir ist scheißegal. Ich habe gehört, die sind sehr sensibel und sehr anhängig und leicht zu pflegen. Ja, Romantik. Ich habe gesagt, Romantik fängt erst an, wenn ich die Alte gestochen habe. Ich bin der Herr im Haus. Ich sage was, was lang geht. Das gefällt einem Frauen auch. Daher händeln kann man, wenn er wilde Eier kratzen. Der Trottl. Ich mache mein Ding. Ich brauche keinen Volltrottl neben mir. Das ist ein Fleischloch. Das ist absolut nichts. Um Gottes Willen. Was ist das? Das ist ein Stecherrand oder ein Schnauf. Leck meine Eier. Der gefällt mir. Spricht eine irgendein bisschen Deutsch? Das ist absolut seltsam. Dass jemand eine erwachsene Frau vorschreibt, was sie tragen muss. Das ist ein bisschen unentspannt, glaube ich. Die Dame ist grundsätzlich eigentlich mein Typ. Kleiner, schlank. Du musst ein bisschen aufpassen. Noch rein. Wo bin ich? Der Kleine hat es wirklich gefällt ihm. Ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Aber das wird mir ein bisschen auf 제일 Maria. Vielen Dank.